Die besten Abenteuer auf kurzurlaub.de zwei bis fünf Tage frei. Pascal zum Schluss, da musste man aber ganz schön auf die Zähne beißen hier in diesem Spiel, weil das hat Körner gekostet. Sehr laufintensiv das Spiel gewesen, ne? Ja, ich glaube aber für Meppen noch mehr, weil die ja unter der Woche noch mal gespielt haben. Ja, wir haben es uns unnötig mehr gemacht hinten raus, weil wir hatten die Chancen aufs 3-0 und haben die leider liegen lassen in der zweiten Hälfte. Ja, dann wurde es noch mal spannend hinten raus, die letzten paar Minuten. Aber ich bin froh, dass es heute mal geklappt hat, dass wir mal eine Führung dann auch nach Hause gebracht haben. Und für dich als Stürmer ja eigentlich wunderbar, wenn man so einen Lauf hat, dann auf einmal hat man das Gefühl, man kann machen, was man will, die Dinger sind alle drin. Ja, das ist Wahnsinn. Momentan läuft es einfach. Den ersten, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, außerhalb vom Sechzehner mache ich eigentlich nie Tore. Das sage ich immer zum Trainer im Training auch, das müssen wir gar nicht üben, weil da treffe ich eh nicht. Heute hat es geklappt. Ja, wenn man so Selbstvertrauen hat und einfach den Lauf, dann geht auch so mal einer rein. Und beim zweiten stand ich dann halt wieder genau da, wo ein Stürmer stehen muss. Und ja, ich freue mich, dass es momentan so gut klappt. Ein Kommentar eines älteren Fans neben mir, den will ich dir nicht verhehlen, der nach deinem zweiten Tor gesagt hat, Monge ist ja schön und gut, dass der immer trifft, aber er ist ja langweilig gegen Braunschweig, Zwicker und hier immer nur links unten der Breyer. Ja, da ist halt meistens die Ecke offen, da müssen die Torhüter sich vielleicht mal ins andere Eck stellen, dann schieße ich auch in die andere Ecke. Ne, das ist einfach momentan so, dass wenn der Ball von der rechten Seite kommt, dann steht der Torwart ja am kurzen Posten, dann schieße ich dann auch ins lange Eck. Und ja, momentan gehen sie rein, ist mir eigentlich auch egal, ob links oder rechts und ich hoffe, dass es so weitergeht. Hauptsache, das Team gewinnt letztlich, ob nur 2-1 oder 5-0, weil wir haben ja ein paar Riesen noch liegen lassen von einigen Spielern da, am Ende zählen die drei Punkte und die haben wir jetzt auf der Haben Seite. Ja, das stimmt, die letzten Spiele haben wir da immer mal wieder noch Punkte verschenkt hinten raus und heute hat es zum Glück geklappt. Es ist auch egal, ob das jetzt 2-1 oder 2-0 ist oder 3-0, deswegen heute die drei Punkte und jetzt haben wir Länderspielpause, ein paar freie Tage und können dann auch mal ein paar Tage einfach genießen. Ich bin ja gespannt, ob der Trainer dich auch im Landespokal ranlässt, weil du bist ja auch Landespokal-Breier, weil da triffst du ja besonders häufig. Ja, das stimmt, den Namen habe ich mir erarbeitet, da müssen wir mal schauen, was der Trainer davor hat. Aber es ist eine normale Woche dann und ja, könnte ich da schon spielen, denke ich. Gut, dann jetzt erstmal ein bisschen die Knochen ausruhen und wir freuen uns dann aufs Landespokal-Spielpause. Ja, danke auch. Ja, puh, da schnaufen wir einmal durch, ein Spiel, was wir lange Zeit doch ordentlich im Griff hatten. Viele riesen Chancen auf den Schlappen und zum Schluss haben wir uns dann doch noch so ein bisschen ins Zittern begeben müssen. Aber am letzten, letztlich zählen drei Punkte und wir freuen uns, oder? Ja, das ist definitiv gut, dass wir den Haken dran machen können an das Spiel. Wir hätten uns, ich glaube ich, wahnsinnig geärgert, wenn wir hier den Dreier noch aus der Hand gegeben hätten. Weil wir schon in der ersten Halbzeit wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht haben, die Tore gut rausgespielt haben. Eigentlich schon vor der Pause hat Aaron Opogo schon die riesigen Chancen auf 3-0. Dann haben wir genügend Möglichkeiten, das in der zweiten Halbzeit das dritte Tor zu machen. Machen es nicht und haben ein paar schlampige Kontersituationen und dann einmal auch nicht aufgepasst. Die hatten noch so eine gefährliche Situation, wo wir schon noch immer aufpassen mussten, wussten, dass das eine gefährliche Mannschaft ist. Und hat uns natürlich auch geholfen, dass sie ein intensives Spiel am Mittwoch hinter sich hatten. Er hat bis auf einen Spieler alle spielen lassen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Uns hat es geholfen, uns kann es egal sein. Wir haben jetzt vor der Länderspielpause den Dreier geholt. Wir bleiben ungeschlagen jetzt sechs Spiele. Und jetzt konzentrieren wir uns auf aller Ruhe auf Güstrow und dann kommt Magdeburg. Vor allem hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass da waren sie schon auf einmal sehr engagiert, mit bei noch engagierter als in der ersten Halbzeit und teilweise auch richtig wütend. Da ist nicht mehr alles so ganz so glatt gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Manchmal kann es natürlich auch gewesen sein, dass sie nicht ganz so einverstanden mit der Schiedsrichterentscheidung waren. Naja, das ist dann ein Mix von allen. Du wünschst dir das und wir sind eigentlich nicht ganz so gut rausgekommen aus der Pause. Wir hatten dann schon so eine Situation, wo er abseits war, wo der Alena vor dem Torwart war. Das sind so Situationen, wo du sagst, was hast du jetzt eigentlich in der Halbzeit gesagt? Und was machen die dann die Jungs dann draußen? Haben uns dann eigentlich ganz gut reingefuchst und hatten dann selber die Chancen. Haben sie leider nicht gemacht. Wenn wir hier ein drittes Tor machen, ist der Deckel drauf, machst du vielleicht noch ein viertes. Aber am Ende ist manchmal vielleicht auch so ein schwer erkämpftes 2-1 zu Hause hier. Wertvoller als jetzt ein klares 4-0. Weil die Sinne bleiben geschärft, was in dieser Liga alles möglich ist. Und wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, dann sieht man das. Das ist ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Und da musst du Woche für Woche ans Limit gehen. Und wir sind sechs Spiele ungeschlagen. Trotzdem sind wir ja irgendwo nicht so weit weg von unten. Ja, vor allen Dingen so ein Sieg ist wichtig in dieser Liga. Weil man hat gefühlt, jedes zweite Spiel ist unentschieden hier. Also nicht von uns, sondern auch von vielen anderen Mannschaften. Naja, das kommt jetzt so ein Stück weit, dass es halt immer schwerer ist, die Spiele zu gewinnen. Dass die Mannschaften sich aufeinander eingestellt haben. Jeder hat jetzt auch genügend Spiele von den Mannschaften gesehen, wo sie ihre Stärken und ihre Schwächen haben. Und von der Seite überrascht mich das jetzt nicht. Weil die Matches sind ausgeglichen. Heute sind viele Tore noch gefallen. Also ein paar Spiele 2-2. Aber wie gesagt, wir haben unser Spiel gewonnen. Das war wichtig. Und jetzt können wir nicht durchschnaufen. Das Landespokalspiel ist ja auch nicht ganz so einfach. Aber das hilft uns natürlich jetzt erstmal so ein bisschen positiv in diese Landespokalwoche zu gehen. Dreimal waren wir alleine frei vom Torwart. Und Opoku war es einmal, Nathai und auch zum Schluss jetzt Max Ahlschwede. Ist das vielleicht mal was, wo man sagt, da trainieren wir jetzt aber mal im Training. Ihr lauft mal 1-1 auf den Torwart und macht die Dinge rein? Ja, wir haben genügend Abschlusssituationen im Training. Da machen es die Jungs teilweise besser. Aber Druck im Spiel und falsche Entscheidungen. Ich glaube, Ali muss ihn bloß vorbeilegen und gar nicht direkt schießen. Dafür war er schon fast zu nah drauf. Aber gut, das sind halt Entscheidungen, die musst du in Sekundenbruchteilen fällen. Und dann hat der Torwart natürlich auch gut gehalten. Ansonsten gehen die 12.500 Zuschauer heute sehr zufrieden nach Hause. Vor allen Dingen, weil Sie wissen es vielleicht nicht, wir haben was Historisches geschafft. Den letzten Sieg, Heimsieg gegen Meppen, 27. Februar 1993. Und da erinnern sich nur die ganz Alten dran. Also insofern freuen wir uns da, wenn jetzt hier die Banden schon umfallen, dass wir auch nach 26 Jahren mal wieder gewonnen haben hier. Ja, im letzten Jahr war das hier ein bitteres Spiel. Da war ich selber noch dabei. Wir haben Riesenchancen gehabt in der Anfangsphase, die nicht gemacht. Und kriegen dann halt mit dem Standard und mit dem Sonntagsschuss das 0-2. Und heute haben wir das mal in unsere Richtung getreten. Spieler wie Nils Butzen, die gehen ganz schön angeschlagen hier vom Platz. Die werden wahrscheinlich am Wochenende durchaus mal schonen können. Ist denn so jemand wie unser Kapitän Julian Riedl, ist der wieder eine Option für das Landespokalspiel gegen Güstrow, dass er wieder ein paar Minuten sammeln kann? Das denke ich auf alle Fälle. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir wussten, dass das Spiel intensiv ist. Wenn dann Mirospovic kommt und sich dann auswechseln lässt, weil er kaputt ist, dann ist das schon ein Zeichen, dass wir hier Vollgas gegeben haben und das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Aber es ist eben doch notwendig. Und jetzt regenerieren wir gut und dann schauen wir, was die Woche anbietet. Und dann weitermachen. Stillhalten gibt es nicht. Danke. Ach Max, da sind die Balljungs eben an uns vorbeigelaufen und sagen, Mensch, das Spiel hätten wir auch 5-0 gewinnen können. Jetzt haben wir noch so gezittert. Aber am Ende, scheißegal, drei Punkte sind im Sack, oder? Ja, wie du sagst, am Ende zählen die drei Punkte. Klar, wir hätten vielleicht am Ende von der ersten Halbzeit noch mal eine riesen Chance, das 3-0 zu machen. Und danach haben wir auch, glaube ich, noch ein oder zwei richtig gute, wo wir einfach einen Deckel drauf machen müssen. Dann ist klar, dass die noch vielleicht ein bisschen kommen. Haben sie dann auch mit so einem Eier-Tor irgendwie noch einen Anschluss bekommen. Und dann musst du halt am Ende zittern, dass du die drei Punkte da mitnimmst. Aber ich glaube, wir haben es am Ende dann, auch wenn es dann am Ende dreckig war, haben wir es gut zu Ende gespielt. Und ja, wichtig sind die drei Punkte jetzt. Und die ganze Mannschaft mit vollstem Einsatz. Also man hat gesehen, vorne und hinten. Ihr habt ganz schön gepumpt, um das festzuhalten. Und hinten aber, bis auf dieses eine Eier-Tor. So viele Dinge habt ihr da gar nicht zugelassen. Auch eine gute Abstimmung in der Verteidigung, die ihr da habt. Ja, ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht. Klar, ein, zwei Sachen, ein, zwei Probleme gibt es dann immer mal im Spiel. Die haben es auch gut gemacht. Die haben vorne ziemlich gute Qualität mit ein paar Spielern. Wenn die einen richtigen Pass spielen, dann kann es bremslich werden. Aber ich glaube, wir haben es dem Großen und Ganzen gut gemacht. Und ja, die ganze Mannschaft hat es einfach gut gemacht. Wir haben, erste Halbzeit, glaube ich, haben wir das Spiel komplett dominiert. Und ja, zweite Halbzeit ist dann ein bisschen eklig geworden. Aber wie gesagt, drei Punkte zählen und die haben wir hier behalten. Und auch wenn wir ein paar gelbe Karten vielleicht völlig unverdient bekommen haben. Es war doch ein bisschen ein Lotteriespiel vom Schiedsrichter. Das macht uns nichts aus. Jetzt können wir mit breiter Brust ins nächste Auswärtsspiel fahren, nachdem wir beim Landespokal waren. Und da wird es dann nochmal richtig heiß hergehen in Magdeburg. Ja, die gelben Karten, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht alles im Kopf. Ich glaube, ein paar muss man nicht geben, ein paar kann man geben. Aber der Schiri hat das so jetzt entschieden und müssen wir so mitnehmen. Und wie gesagt, jetzt geht es über den Landespokal. Da werden wir auch voll fokussiert rangehen. Weil wollen wir ins Finale kommen und das Ding wieder gewinnen. Und dann werden wir nächste Woche oder übernächste Woche breiter Brust, wie du sagst, ins Auswärtsspiel gehen. Und da auch wieder schauen, dass wir drei Punkte mitnehmen. Und mit mindestens 10.000 Hansa-Fans im Stadion. Wie immer. Danke. Wie immer.